Hallo und herzlich willkommen bei uns in Tausendschön in der Stubenberggasse. Das liegt direkt in der Fußgängerzone beim Amtshaus. Das Geschäft Tausendschön ist nicht einfach nur ein Geschäft, es ist eigentlich aufgebaut wie ein Concept Store. Sie finden hier skandinavische Wohnaccessoires und Dekoration. Unser Sortiment geht von Papeterie über Geschirr bis hin zu schönen Kissen, Wohnaccessoires, Vasen, Laternen. Wir haben auch Schmuck bei uns im Sortiment und all diese Dinge sollen Ihr Zuhause schöner gestalten oder Familie und Freunden eine Freude bereiten. Als zweites Herzensprojekt habe ich im Jahr 2018 den Tausendschön Kindertraum eröffnet und wie der Name schon verrät, bekommen Sie dort Erstausstattung, Spielsachen, Bekleidung für die ganz Kleinen. Lassen Sie sich inspirieren. Schauen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.